Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf HilosTV. Eine weitere Episode in unserem Challenge in Realm Royale. Natürlich mit dabei der kleine Kodiak. Hello! Es ist wieder Sonntag, eine neue Challenge für euch. Wir haben euch was Nettes vorbereitet. Einige coole Szenen sind dabei. Challenge war Cold Only. Also wir spielen nur den Revolver. Fertigkeiten, Schmieden ist natürlich wie immer erlaubt. Tränke, Fertigkeiten und Runen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß. In die kleinen Herbstfelder, da fliegen wir jetzt in die Tüttüttütt. Auf zu sehen. Wer 20? Ich bin schon geflogen. This would be fun. This would be fun. Okay, alright, alright. Okay, alright. Okay, jetzt, wir dürfen die wenigen Zuschauer, die jetzt hier einsteigen, dürfen nicht direkt verschrecken, indem du singst oder die irgendwelche komischen Geräusche machen. Ja, du redest, dann darf ich ja mal singen. Reden dient der Kommunikation. Also ich lande auf der linken Seite. Ja, wie immer. Ach, komm, ich geh jetzt. Es fehlt noch tatsächlich eine Funktion. Hi-Res bitte einfügen, dass man sich nur... Das genau, also quasi... Das ist quasi... Ja, genau! LOL! Lastung. Landung in dem Bein. Boah, das ist schon wieder so schlecht. Der erste Kiste auf 2 Slugs. Ach Mann, ey. Das ist doch immer das gleiche, ey. Ja, hier sind auf jeden Fall Gegner in der Nähe. Ja, direkt im Nachbarhaus müsste einer sein. Zwei Häuser weiter eventuell. Ja, ich habe ihn gesehen. Ein Asser, ein Mage, meine ich. Ja, das ist auch noch ein Duo. Natürlich kacke. Oh ja, ich habe ihn. Ich habe ihn auf jeden Fall. I got him. Kommen wir, glaube ich, auf mich zu. Ja, die kommen hier auf mich zu. Die sind schon hinter mir her. Einer hat eine Pistole. Ich bin weg. Hast du einen zum Moon geschickt? Nee, leider noch nicht. Wow, der hat schon einen Bogen, der Bastard hier. Hier sind ein paar mehr. Ja, ja, ich bin da. Keine Chance. Wissen Sie? Im Haus. Ich komme jetzt zu dir. Ich bin neben dir. Nein, da ist der mit dem Bogen. Alter. Es ist so lächerlich, weil sie da findest du in der ersten Kiste zwei Slacks. Das ist doch einfach nur schlecht. Du bist geduckt, Floschi. Nein. Traffic buggen wir dir dann. Okay. Nimm die Heal-Pod. Ah, muss ich ab. Machin eben nachladen. Nice. Fliegen, fliegen. Na ja, erstmal nachladen. Okay, sorry. da bist du kannst mal gucken ob der noch ja auch ein gewoller vielleicht hat einmal zurück welcher der menschen genau da hinten sich das ist auf ja und waffe schmied ich mir natürlich nur ein stab immer nein hier ist ein gegner scheint aber alleine zu sein es könnte ein bot sein alter schockranade ich trotzdem mal mit richtung rechter festung wieder willst ich habe keine spiele aus gar keine 20 ich nehme das tote eine regungsfähigkeit da ist es in einem katapult angeflogen kommt man muss mal hoffen damit wir hier mal ein bisschen action bekommen das ist doch lächerlich das spiel ist zum kotzen fertigkeit kostet 70 mir fehlen noch drei ärgerlich also ob hirass irgendwie vorher zuhört was wir vorhaben die machen eine challenge ja dann kriegen die slugs alles klar tschüss schrägern können ich doch mal ja super der freundlich sich bestimmt aber ich will auch ganz gerne zu mir so mein kurz potz machen ich habe 60 spieler ja ja du hast du eismauer ja es ist ein ganz neues das ist quasi der hammer vom eiskönig zwei kisten zwei runen dritte rune ist noch eine dritte rune noch eine schade aber eine epische bis giftpistole schade also challenge das ist so lächerlich das wäre tatsächlich auch noch mal eine lustige challenge immer ist aber man muss mit baule spielen so meine sachen sind fertig oder links nach die truhe mitnehmen ich wollte gerade sagen können wir uns noch mal kurz schnappen ich habe da zwar noch nie ein revolver drin gesehen aber noch einer über uns hier erst längst du reitest jetzt eigentlich wieder mit dem pferd magst du deinen raptor nicht mehr ja okay ist markiert von mir und das mag dann jetzt weg ja ja kiste ist gelootet ich sehe aber nichts das spricht schon mal dafür dass das menschen waren die so schnell gelootet haben wenn dann wahrscheinlich auch rechts von uns ein pferd hier unter mir da ist noch ein grüner vorbeigesprungen komm jetzt in den rollröhre oh kiste vor mir was ah ok läuft ich brauche nichts ich kann noch nichts mehr dissen kann es alles kaputt machen ich glaube aus der flugküste kommt meistens die cc rune raus das war es aber lebensraubrunen oder nicht ne das war cc rune ok ja gut könnte es auch sein dass du recht hast ich weiß es jetzt gar nicht das ist mir auch wie bei letztem schon mal aufgefallen dass ich in einer runde an mehreren kisten cc rune bekommen habe vielleicht gibt es ein kleineres spektrum oder so dass du da nur relativ wenig auswahl hast noch mal schön in den raum reingeguckt habt ihr das gesehen liebe freunde so spielt man allgemein shooter ja gut habe ich ja keine ahnung von richtig deswegen alles was nur mit ballern ist das ist mir sowieso total zuwider wo ist mein legendärer revolver den hab ich doch irgendwo in irgendeine kiste gelegt ich weiß nicht mehr welche kiste ist warte das ist das alter ja noch mal geistergang ja komm ähhhhh 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 zone kommt armoring up keine blücher keine blücher keine blücher krass das ist eigentlich mitgerechnet dass wir nochmal in eine schwemme kommen aber gut das sind ja auch nur noch 13 13 13 enemies wahrscheinlich 13 enemies let's go also die runde war jetzt tatsächlich ein bisschen langweilig aber gut jetzt mit einem revolver ich weiß nicht ob es da so schlau ist sich dann in einer kreuzung droppen zu lassen aber ein paar mehr gegner hätten es schon sein können ich meine jetzt so gut jetzt kommt natürlich noch das finale und natürlich sehr intensiv sehr intensiv mit viel liebe und mit viel liebe mit sehr viel liebe mit sehr viel liebe und noch viel mehr hiebe ha 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 oh das ist aber ne nette ne nette nette zone hier ja gut ja gut das ist ja gut ich überlege gerade ich freue mich schon auf die auf die fernkämpfe mit dem colt eigentlich ja äh gegner vor uns ein motorrad das werden menschen sein lass uns ein stück näher dran sonst haben wir direkt gemacht wir reiten auch zur schmiede weil die schmiede läuft noch ja dann warten wir gleich mal kurz ja die reiten unter uns immer noch sind am kämpfen da können wir gleich richtig schön rein joinen von oben oh yeah die fliegen hier unten die sind alle oben um den turm rum hinten ganz runter gesprungen einer hat von mir schon mal ein bisschen gefressen du kannst von rechts kommen am besten ein hohn ja ich bin drauf haben noch ein treffer von mir bekommen der andere ist jetzt vor der schmiede der haut ja richtig rein der jung der hat eine gute wasche das frost glaube ich der zone kommt wir gehen weg wir gehen weg er muss an uns vorbeikommen er drängt ja wir gehen wir gehen weiter der kommt da nicht mehr weg er macht aber höhe und kommt gleich von rechts der mordet auf so schnell kommt er nicht an uns vorbei alles gut das kriegen wir schon hin der ist hier unter mir hat zwei drei schuss von mir kassiert wir gehen weiter ja er kommt wieder ja nice hat auch nochmal ein schuss von mir kassiert mit dem frosch mit dem frosch hat gekillt ein fock ein fock natürlich der frosch des todes der todesfrosch mit dem frosch cold new meter schüsse ausrichtung 165 was machst du da lange noch potz einer gelandet hier 120 da kommen die haben noch einer gelandet was tun ja richtung 150 weiter ohne star wahrscheinlich ein slipper 165 mit zu gefährlich da habe ich leider die schlechtere waffe da steht oben noch auf dem sägewerk also 150 ja hört er sich nach einer sniper noch mal zwei schuss von mir kassiert es gibt es dann oder zwei gegner und der eine müsste hier vorne der solo war eigentlich ich komme runter ich kräfte ja 150 immer noch da oben der wahl kommt der wahl kommt hat dicke hitze kriegt kommt zu mir ich komme komm schon ich gehe von vorne ran der kabel dauernd war ich unter uns hast du denn hast du den ich habe ist immer bei dir krabbeln ich habe den ein habe ich jetzt gekillt ja dann ist es nur noch der ass ich trinke noch mal kurz dann müssen wir gleich holen ja lass mal kurz warten wo jetzt wo jetzt die zone hängen oh ja ja wenn man schnell die zone das hause einnehmen ja der sieht uns da sieht uns hat er nicht getroffen nein wenn ich getroffen ja jetzt sagen wir lassen ihn kommen oder ja wir lassen kommen weil letztes lassen was das geil ja so rankommen und dann gucken wir gleich mal ja da ist da oben ja da noch mal zwei schuss von mir kassiert noch ein schuss von mir kassiert noch mal zwei schuss kassiert von dir auch sagen wir lassen es kommen einfach oder ja wir können ja aber so weitermachen also ich habe noch neuen potz ich habe noch meinen der ist gleich leer der kann gleich nicht mehr viel machen noch mal zwei schuss getroffen der hat aber wieder rüstung noch mal zwei schuss getroffen noch ein schuss getroffen er ist jetzt glaube ich in der ecke im haus ja der ist jetzt im haus im haus richtig ja sehr gut na wo kommst du raus mein kleiner vorne raus das heißt zwei schuss getroffen drei schuss getroffen aber das finale war immerhin gegen menschliche gegner denn wir spielen schon wieder um 18 uhr abends du machst den abschluss abschluss wenn du bist gerade so im flow aber ich verabschiede mich schon mal also ich hoffe dass diese challenge hat euch gefallen wir wollen die gar nicht so einfach ich gedacht hatte war auf jeden fall lustig lustige fights dabei falls es euch gefallen haben sollte das gerne ein kostenloses abo da oder auch gerne kommentare oder auch gerne ideen für neue challenges das war's von mir wir sehen uns bis dahin ciao